Ich finde es schön, dass meine Mama auch manchmal dabei ist und wir als Familie auch viel erleben. Ich finde es richtig toll, dass so etwas angeboten wird und ich nutze auch vieles davon aus. Da gab es das Spielnachmittag für Kinder, das fand ich auch gut. Das fand jeden Freitag statt. Da hat man dann auch die Möglichkeit gehabt, mit den Kindern zusammen zu spielen, die Zeit für die Kinder zu finden. Sonst hat man ja im Alltag nicht diese Möglichkeit. Ich habe auch meinen Mann ein bisschen dazu angeregt, dass er auch an einem Angebot teilgenommen hat, weil er arbeitet ja voll, da hat er auch kaum Zeit und es war auch sehr schön, dass da auch eingeplant war, dass die Männer mit ihren Kindern etwas unternehmen konnten. Da war ja so ein Vater-Kind-Aktion und als sie zurückkamen, habe ich nur erfahren, die haben richtig viel Spaß gehabt. Ich will sehr, sehr, sehr gerne von meinem Mann und der Mann bei mir ab jetzt kommen, sondern wir haben dann da auch noch mit ihrer Begrümmel aus. Ich weiß gar nicht, er hat, dass sie jetzt nicht nur mehr in der Fall sind. Ich weiß gar nicht, dass ich nicht viel Spaß gemacht habe. Und zwar das Thema will ich, wenn du nicht, was ich kl问, Vielen Dank.